Hol dir das Abo bei deinem TV-Anbieter. Hansheimer von Jirschi Sekac bereits Saison zur Nummer 20. Sehen wir es nochmals. Fuchs mit dem Zuspiel und dann Sekac in die nahe Ecke. Da müsste wohl Juvonen die Ecke zumachen. Kommt aber nicht mehr rechtzeitig hin. Der Schuss einfach zu. Hartgeschoss. Aber so verstreichen wichtige Sekunden. Und Isako Dotti kehrt jetzt gerade zurück und läuft zugleich in den Angriff. Isako Dotti und das ist Ausgleich. Was für eine Aktion. 13. Spielminute. Brandon McMillen mit dem Ausgleich. Wow, was ist denn das für eine Effizienz. Und die Halle, sie kocht. Hier sehen wir es nochmals. Isako Dotti, der von der Strafbank zurückkehrt, übernimmt die Scheibe mit der scharfen Hereingabe. Und Brandon McMillen lenkt unhalb ab. Klasse gespielt. Kaum von der Scheibe zu trennen. Aurelie Marti mit dem Schuss. Sekac schont die Scheibe ist drin. 43. Spielminute und der Lausanne-Aschsee geht in Führung. Und es ist wiederum Jirji Sekac. Doppeltorschütze der Tscheche. Und Juvonen ein zweites Mal geschlagen am heutigen Abend. Klasse Partie von Jirji Sekac. Und das freut natürlich die mitgereisten Lausanne-Fans. Da hat es vielleicht ein Dutzend. Der Gäste-Sektor ja nicht offen. Und ja, da sieht Juvonen nicht gut aus. Klar, der Schuss hart. Aber eigentlich auf die Fanghand. Ja, da sieht Juvonen nicht gut aus.